Beweglicher werden mit nur vier Übungen. Du kennst das vielleicht auch, die Beweglichkeit, die früher da war, ist ein bisschen verloren gegangen. Du kommst vielleicht auch in der Früh schwer in Bewegung hinein. Die Gelenke fühlen sich nicht mehr so geschmeidig an, die Muskeln haben mehr Spannung als sonst. Ich zeige dir jetzt vier Übungen für die wichtigsten Regionen. Sprunggelenk, Knie, Hüften, Wirbelsäule und Schultern, mit denen du wieder sofort zurück in Beweglichkeit kommst. Mein Name ist Dr. Peter Böck und mein YouTube-Kanal dient dazu, dass du effektive, aber einfache Übungen machen kannst, die dir helfen, sofort mehr Beweglichkeit, aber auch mehr Dehnung, mehr Mobilisation, mehr Kräftigung und insgesamt mehr körperliches Wohlbefinden zu bekommen. Für die erste Übung hältst du dich an einer Wand an, steigst mit dem rechten Fuß nach hinten, so, dass das hintere Bein gestreckt ist und der hintere Fuß gerade ist. Das vordere Knie ist gebeugt und mit dem vorderen Knie kannst du dich hier ein bisschen spielen, je weiter du nach vorne kommst, desto intensiver wird die Dehnung hinten rechts in der Wade. Und die Dehnung in der Wade brauchen wir auch für die Mobilisation im Sprunggelenk. Die meisten sind hier nämlich in dieser Bewegung eingeschränkt. Gut, wichtig ist, dass die hintere Ferse fest im Boden ist, du einen festen Druck nach hinten erzeugst, der Oberkörper ist aufrecht, also nicht so nach vorne fallen und bleibst dir mindestens 30, 40 Sekunden in dieser Dehnung. Wenn du gar nichts spüren solltest, hinten in der Wade kannst du dich ein bisschen spielen mit der Position im Fuß hinten, vielleicht ein bisschen mehr nach außen, mehr nach innen drehen, dort wo die meiste Dehnung ist, dort passt es und dort bleiben. Und wenn du jetzt ein bisschen länger drinnen bist und die Dehnung nicht mehr ganz so stark spürbar ist, kannst du mit dem vorderen Knie noch ein bisschen weiter nach vorne kommen, die hintere Ferse noch mehr nach hinten drücken und ganz entspannt atmen dazu. Gut, andere Seite. So, das linke Bein ist wieder gestreckt, das vordere schön gebeugt, die Ferse hinten fest in den Boden drücken, den passenden Winkel suchen hinten, wo die meiste Dehnung in der Wade spürbar ist, Spannungen in der Wade, Wadenkrämpfe sind ja sehr verbreitet, auch da hilft die Übung natürlich. Und wieder bleiben und ein bisschen mit dem vorderen Knie tiefer kommen und so ein bisschen mit der Intensität auch spielen, tiefer kommen, vielleicht wieder ein bisschen mehr hinaus, ein bisschen den Winkel ändern, so dass du immer einen guten Zug in der Wade hast. Gut, noch bleiben, noch halten, atmen. Gut, wir wechseln nochmal die Seite. Jetzt ist der Schritt ein bisschen kleiner, also der Abstand zwischen den Füßen ist ein bisschen kleiner und jetzt wollen wir bewusst das Sprunggelenk beugen. Du siehst, mein Knie hinten kommt jetzt weiter nach vorne, das Sprunggelenk unten ist gebeugt und trotzdem ist der Fuß fest im Boden, um hier die Mobilisation im Sprunggelenk zu verbessern. Denn das hilft uns insgesamt mehr Beweglichkeit zu bekommen, denn ist die Beweglichkeit im Sprunggelenk eingeschränkt, hat das natürlich auch Auswirkungen auf das Knie, auf die Hüfte und auf den Oberkörper. So, noch bleiben, halten. Gut, wir wechseln mal wieder die Seite. So, jetzt das linke Knie und das linke Sprunggelenk beugen. Das vordere Knie ist gebeugt und hier bleiben. Ganz entspannt atmen, halten die Position. Noch kurz bleiben, bevor wir zur Übung für die Wirbelsäule kommen. Gut, langsam lösen. So, jetzt kommst du mit ein bisschen Abstand nach vorne zu einer Wand. Die Füße sind hüftbreit geöffnet und dann hebst du die Fersen ganz vom Boden ab, streckst die Arme nach oben, so dass nur die Fingerspitzen die Wand berühren. Es ist wichtig, dass wir hier nicht nach hinten fallen und mit dem ganzen Körper uns abstützen, sondern das Brustbein kommt jetzt hier nach vorne. Und nur die Fingerspitzen, ohne dass ich mich jetzt hier eigentlich abstütze, berühren die Wand. Die Arme sind maximal gestreckt, fast so wie ein bisschen ein V, dass sich hier die gesamte Körpervorderseite dehnen kann, die Fersen schön heben. Und wenn es im unteren Rücken unangenehm ist, dann müssen wir aus dem Hohlkreuz raus. Das heißt, den unteren Rücken mehr nach hinten drücken, Brustbein anheben, den Kopf leicht heben, entsprechend der Öffnung auf der Körpervorderseite, aber nicht zu stark, nicht den Nacken stauchen und hier halten. Und das ist eine sehr, sehr gute Übung für die Streckung der Wirbelsäule. Wirbelsäulen-Arthrose ist ja sehr verbreitet. 90 Prozent aller Menschen über 25 Jahre haben Wirbelsäulen-Arthrose. Gott sei Dank wird es nur bei jedem vierten symptomatisch, also er erzeugt Schmerzen und Einschränkungen. Aber das ist wichtig, dass wir auch präventiv hier arbeiten. Und hier mindestens 60 Sekunden bleiben. Arme gestreckt lassen. Fersen bleiben oben. Brustbein heben. Tief atmen. Vor allem tief einatmen dazu. So, halten noch. Gut, langsam lösen. Gleich die Gegenbewegung, aber Achtung, zwei wichtige Sachen. Erstens, knieleicht beugen und zweitens, wenn wir jetzt so lange oben waren, wollen wir langsam in die Gegenbewegung gehen. Nicht ruckartig, nicht zu schnell. Und einfach einmal nur zu den Schienbeinen greifen, auch wenn du jetzt vielleicht weiter nach unten kommen könntest. Und mit rundem Rücken locker vorfallen lassen. Gut, jetzt vielleicht ein bisschen weiter runter greifen, ein bisschen tiefer kommen. Eventuell die Beine mehr strecken. Und versuch, die ganzen Übungen mindestens so lange wie ich zu halten, damit es wirklich effektiv wird. So 10 Sekunden, 20 Sekunden drin bleiben, das bringt fast gar nichts. Entspannt atmen, ganz locker vorfallen lassen, auch Schultern und Nacken entspannen. Gut, und wieder mit leicht gebeugten Knien langsam zurückkommen nach oben. All die Übungen, die ich dir zeige, sind immer nur ein Einblick für eine regelmäßige Bewegungs- und Übungsroutine. Willst du einen gesamten Kurs haben, der dich ein Leben lang begleitet, dann gibt es drei Möglichkeiten. Den Fit- und Schmerzfrei-Kurs mit längeren Programmen für deinen ganzen Körper, von unten bis oben. Den Rücken-Fit-Kurs mit speziellen Übungen, Erklärungen, Tipps für Rücken, Schmerzfreiheit und Gesundheit, Kräftigung, auch für Bandscheiben, ISG und so weiter. Und dann gibt es noch den Schulter-Nacken-Kurs, wenn diese Region ein Problem ist bei dir. Also, vielleicht sehen wir uns in einem der Kurse. Für die dritte Übung gehen wir jetzt weiter nach oben zum Schulter-Bereich. Und dafür bringst du die Hände hinterm Rücken zusammen und greifst mit den Fingern ineinander. Wenn sich das nicht ausgehen sollte, dann hast du erstens Bedarf, hier mehr Übungen zu machen. Und zweitens kannst du dir als Hilfe zum Beispiel ein Handtuch nehmen. Aber wichtig ist, dass wir hier irgendeine Verbindung haben, wo wir festhalten können. So, jetzt probierst du, deine Arme möglichst zu strecken, sodass die Hände hier nach hinten unten kommen und die Schulter nach hinten gehen. Die Schulterblätter zurückziehen, den Kopf etwas heben, hier tief einatmen und dann ausatmen und langsam nach vorne runter gehen. Die Knie können ruhig gleich gebeugt sein, die Hände bleiben zusammen und ganz locker die Hände hinterm Kopf nach vorne fallen lassen, Richtung Boden, ohne sie zu lösen. Wieder nach oben kommen, Gegenbewegung strecken, einatmen und mit dem Ausatmen nach vorne runter gehen. Einatmen nach oben kommen, strecken die Hände, bleiben zusammen, so gut es geht. Nach vorne kommen. Langsam wiederholen und wenn du runter gehst, auch den Nacken locker lassen. Das wiederholen wir mindestens acht bis zehn Wiederholungen. Und es ist nicht entscheidend, wie weit du nach unten kommst, sondern dass du das ein paar Mal machst und wiederholst. Wenn du nach oben kommst, Schultern ziehen zurück, Arme maximal strecken, locker lassen, dann runter gehen. Zweimal noch. Atem nicht vergessen. Einmal noch. Und dann nochmal runter gehen, unten bleiben. So, meine Knie sind noch immer leicht gebeugt. Der Oberkörper kann schön nach vorne fallen. Die Hände bleiben zusammen und fallen noch ein bisschen weiter nach vorne. Der Nacken ist locker. Jetzt kann sich auch die gesamte Rückseite gut dehnen. Gut, langsam nach oben kommen. Und die Hände lösen und die Arme ein bisschen lockern. Gut, jetzt kommen wir zur nächsten Übung für Hüfte, Knie und Beine. Und dafür brauchen wir jetzt einen Sessel. So, da ist er schon. Jetzt bringen wir den linken Fuß, egal mit welcher Seite wir beginnen, da auf die Lehne rauf. Jetzt suchst du dir natürlich eine Erhöhung, die für dein Knie, für die Hüfte angenehm und möglich ist, wo wir aber auch eine gute Dehnung spüren. Also wir sollten hier vorne wirklich die Dehnung gut spüren. Und die Leiste, jetzt in dem Fall die linke Leiste, muss nach vorne ziehen. Also die Hüfte kommt nach vorne, nicht das Knie. Das Knie muss nach hinten kommen und die Hüfte nach vorne. Und der Oberkörper ist aufrecht und bleibst hier in dieser Dehnung mindestens 60 Sekunden drinnen. Wenn das im unteren Rücken unangenehm ist, dann müssen wir raus aus dem übermäßigen Hohlkreuz. Da kannst du zum Beispiel eine Hand zum unteren Rücken legen und drückst gegen die Hand. Dann hast du hier gleich mehr Stabilität. Und hier bleiben. Du kannst eine Hand zur Hüfte, zur Leiste, zur linken Leiste legen und drückst so ein bisschen nach vorne, um die Dehnung hier zu verstärken. Gut. Und hier bleiben. Und je weiter du mit dem vorderen Fuß Richtung Sessel kommst, desto intensiver wird natürlich die Dehnung, weil ich ja im Knie mehr beuge hier. Und halten. Gut. Langsam lösen. So. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. So. Ich komme im linken Fuß möglichst nah heran. Der Oberkörper ist wieder aufrecht. Schau, dass die rechte Leiste hier nach vorne zieht. Wenn es im unteren Rücken unangenehm ist, dagegen drücken. Locker und entspannt atmen. Aufrechte Position möglichst im Oberkörper. Noch nicht lösen, noch dranbleiben. Es ist wichtig, dass wir die Übungen wirklich länger halten, damit es auch richtig effektiv wird. Und dass du es auch zu Hause wiederholst und wiederholst. also einmal machen ist schön, öfters und regelmäßig wiederholen ist super. Und wenn du diese vier Übungen dreimal gemacht hast innerhalb von ein paar Tagen, dann schreib doch mal unten in die Kommentare, wie es dir nachher geht. Oder wenn du Fragen hast, gerne beantworte ich deine Fragen zu den Übungen oder zu Variationen, wenn eine Bewegung nicht so gut möglich ist. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Willst du mehr Videos haben, dann den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal.